habe ich dir schon gesagt wenn nicht dann weißt du das jetzt die umbauen aber die umgebaut werden so geht es aber nicht so das war eine nachricht von meiner tochter jetzt kann ich weitermachen ja aber aber ich das ist was anderes ich bin hier der chef hast du selber hast du selber gesagt wann war das ist ich werde mal rüber gehen in meine server wird jetzt mitkommen dann krieg ich ja aus dem maul näher doch sowieso dann kassiere ich ja wieder irgendwie gefällt mir das irgendwie also was das hier ein kaputtes spiegel in der kirche wird wenn er könnte in der zinkster weiter wird auch eine kirche nein aber ich gehe doch durch genau durch die kirche durch auf wo viel kommt auch mit ok wo viel kommt mit und frisch dich dann da so kommt er hier bevor die tüte oben zugeht so bleib stehen hier na komm wo wie mal sehen ob sie überhaupt mitkommt hier in den in den in den nähte noch mal sehen man ja nur wieder ich gebaut war nee da kommt nicht mit hä wieso sind laufen denn hier fischer rum habe ich die nicht ausgeschaltet ach du scheiße er stellt sogar die viecher im survival mode aus also hätte ich jetzt niemals erwartet nee ich bin im einfachen modus ich kann das gar nicht ausschalten hier hä wieso laufen denn hier fischer rum aber oben in der welt nicht hä muss ich jetzt nicht verstehen ne hatten wir nicht mal diese komischen dinger da befreit was für eine komischen dinge die ratten oder was das war hey wo wieder bist du hier ach so bei der explosion war das vielleicht so eine missgebote ja wie ihr seht habe ich hier ich weiß nicht ob ich das in einem video schon gezeigt habe ich habe hier jetzt auch winter weil ich habe ein bild abgebaut läuft bei mir eichenholz eichenholz cool mensch hier war ich ja schon lange nicht mehr das ist schon fast erschreckend mit diesem kütter du ich gehe in mein haus die tür knallt hinter mir zu drehe mich um und das vieh steht hinter mir du obwohl es gerade noch draußen geht das ist ja meine kiste hier nein das ist dabei ja meine kiste für die zuweiler welt hier da könnte man auch ruhig mal ein video machen zu zweit zuweiler welt mäßig die fenster sehen auch cool aus na komm na ihr schafis hallo hey du siehst ja cool aus gut dann gehen wir mal kurz ach ich weiß welches texture pack du brauchst nee das brauche ich nicht das war ein katja kassavich oder wie die sch... sss... heißt was ich sagen wollte ich habe hierfür immer noch keinen platz gefunden also na 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 wer mir das sagt wo das hin soll in die erde haus da oben rein bla 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 der kriegt seinen namen oben drüber mitspielende ausgeschlossen tschüss so einmal mal beschissen bei mir hier ich sagte außen mit mitspielende ausgeschlossen habe ich gesagt ja das sieht auf jeden fall irgendwie besser aus hier das sieht auf jeden fall oh hab ich mich verviert ey wie vor grad ausklicken hier oh pfff alte was hast du denn das scheiße gebaut nein weil das vier wieder wird mal neben mir statt ich sag ich bin grad ins haus rein hab ich gedacht da steht hier ein zombie oder was weiß ich hier neben mir aber trotzdem wieso kommen bei uns in der welt keine 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 vieche sei doch glücklich da bin ich ja auch aber obwohl wir die gar nicht ausgeschaltet haben weil bei mir steht einfach ok dann komme ich wieder zurück hier wollte ich hier weil hier will ich ja weiter nichts machen weil hier ja ne ist ja die survivor welt die nicht bescheißer welt man hört dass du ankommst hä ich bin immer noch in meiner welt oder was auch immer das war oder was auch immer das war so jetzt gehe ich in die nähte jetzt gehe ich durch ich bin hier im nähte obwohl hier viele hier drin sind und ich habe nicht mal einen schavert und da steht schon eine hoffentlich greift er mir nicht an hoffentlich greift er ihn an hoffentlich greift er ihn an hoffentlich greift er ihn an naja er greift mir nicht an war ein glück der rülpst irgendwie ganz ekelhaft hört sich jedenfalls so an so da sind wir wieder und wo ist wuffi der sei blieben der wollte nicht mehr immer wuffi ist weg sag ich ja oh na toll nimmst du den auch mit oh wuffi ich glaube ich muss hier ein kreuz aufstellen ich weiß noch nicht mal wie der heißt mein wuffi hab da keinen namen gegeben haha mein wuffi ist weg na der kommt bei taxi meinst du oder der hängt ja oder der hängt aber noch in der kirche oder DAL paket ne in der kirche kann er ja nicht hängen dann wäre er ja schon bei mir oh scheiße mein hund ist wirklich weg wie war das mit deiner grafikkarte und dem DAL paket vielleicht kriegst du ihn nach vier wochen wieder mein hund ist tot ne ich warte mal ich geh nochmal rüber ich will meinen hund haben so geht das nicht oh weh der ist weg kannst du machen nix ne doch ich will meinen köder wieder haben ich will Pluto wieder haben mein Pluto das kann ich nicht zulassen dass der da bleibt da ist er oh bengel willst du mich verarschen ey hm was soll das ich setze ich hier weg mit der rede hm hm so kommst du jetzt mit vielleicht hallo ja jetzt kommt er ich bin ja mal gespannt wenn ich jetzt hier durchgehe ob er jetzt mitkommt nö nö der bleibt da drüben na toll nö der bleibt da drüben nö okay komm Wofi dann bleibst du im tier in dem haus hier da muss ich mir drüben in die ander welten neun holen wo bist du? komm her Wird ich dein Hund richtig im Arsch ein bisschen wissen, weil du fremd gehst? Hiiii Hallo, wo bist du denn? Also wenn ich nicht hochgehe, ob er dann hinterher kommt? Oh, jetzt kommt der nicht hinterher, der Typ! Mal sehen, wenn ich in den Keller gehe. Kommt der denn mit? Nö Oh, was macht der, der Kühe? Ach, da ist er! Komm, hoch! Soll er sich gerade reingeschüttelt? Hier hast du ein ekelhaftes Tier. Ja, ja, so ungefähr. Wo bist du denn? Oh, jetzt hängt der da unten! So, du kommst mal mit hoch! Okay, ich leide mal ganz hoch, mal sehen, ob er da kommt. Kannst verpuppen, ey! Okay, dann bleibst du eben hier draußen. Oder drüben, in der Bergkötte. Mit den riesigen Fenstern. Du baust riesige Fenster, das ist neu. Na, hier in meiner Survival-Welt, ja! Na, wo bist du? So, bin ich denn jetzt bescheuert? Ja, Bengel, wo bist du denn? Ich seh' den nicht! Ich seh' den nicht! Jetzt ist er da. So, komm! Komm mit hier! Hä? Jetzt, na, endlich! Hinsetzen, hierbleiben! Schwere Geburt hier, schwere Geburt! Ja, röb's voran ist. Weitere! Hä? Näh, dich meine ich nicht. Ich meine hier den unten im Nähte. Hatte ich mit dem Texture Pack nicht damals angefangen hier zu bauen? Ne, das waren andere Steine. Obwohl, super cool. Ey, wieso ist meine Tür hier auf? Ich weiß zwar nicht, welche Tür du meinst. Mhm, du hast bestimmt vergessen, mal meinen Tunnel hier zuzumachen. In meinem Haus hier, Freund. Das war ich zwar nicht, aber... Das war's, du sei ruhig. Also ich will ja kein Arschloch sein, ne? Aber ich könnte ja jetzt sagen, kannst mich mal liebhaben, aber... Äh, ne, 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 ne. So eine Extremitäten lassen wir hier mal. So was sage ich nicht zu dir jetzt. Mann, sieht das schon geil hier aus, alles, ey. Hier brauchen wir ja wirklich bald ein Navi, um hier durchzukommen, ey. Ah, ist schon bemerkenswert hier. Juhu. Also mir gefällt's. Gibt bestimmt andere Städte, die... ...noch größer und noch aussehender sind. Noch aussehender sind, ne, weiß Bescheid. Ja, schon cool. So, ganz genau. Kannst mich ja... Ach, ne, du hast ja das Text-Shirt-Pack nicht. Ne, kannst mich nicht besuchen, komm. Das, das hast du, hast das ja jetzt nicht drunter. Ne, dann sieht das scheiße aus. Siehst du das ja nicht wie ich. Ist das ja doof. Du das nicht siehst, wie ich. Ne, ne, ne. Tja, dann würde ich sagen, äh, ne. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Minuten, weil... ...dann habe ich eine Stunde. Wieso Schwarzholz? Wieso habe ich hier schon wieder eine Schwarzholzlampe? Ich will doch Eiche haben. Ist das Eiche? Ja, das war Eiche, ne? Oh, habe ich jetzt da hinten überall... Ich habe da hinten alle verkehrt gemacht. Och, nö. Oh, ich habe ja alles hier verkehrt. Oh, ich habe ja alles hier verkehrt. Also, wenn wir jetzt Zäune machen, machen wir jetzt nur noch in Eiche, ne? Damit wir die Zäune hier alle schön einheitlich haben. So, wieder Eingang. Nein. Nein. Was denn? Was ist Quatsch? Nix, alt gut. Ich habe Quatsch gebaut. Hä? Was denn? Ist irgendwie komisch. Wieso, was denn? Eben sind meine Steine... ...stut Steine geworden, die vorher drin waren. Na, ist jetzt gerade ein bisschen unlogisch, aber... ...ja. Kann man jetzt nicht unbedingt verstehen. Hm. Hat ein bisschen komisch gewesen. Aber beim Umbau ist das halt immer so, man. Dass man da auf irgendwelche Sachen trifft, die man gar nicht will. Hm? Hm. 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 Ach, Mensch, wieso habe ich das alles wieder verkehrt gemacht hier? Wieso habe ich eigentlich Schwarzholz hier? Wieder bei irgendeinem alten Zaun abkopiert? Ach, nee, du, nee, du. Na. Ja, mal sehen. Vielleicht probiere ich das nachher nochmal aus. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ach, da habe ich auch noch alles verkehrt. Ist egal. Weil wir beide konnten ja auch nicht so spielen. Da mussten wir ja auch, äh, ne, und so. Horror, Kräftewald. Würde ich jetzt mal. Wirst du denken können, was ich meine? Ja, 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 ja. Aber trotzdem. Boah, das sehe ich nicht ein. Äh, naja, was heißt das sehe ich nicht ein? Aber, ich sag mal, letztendlich spielt sie ja nur bei mir. Äh, dann sehe ich gar nicht ein, warum ich jetzt deswegen nur, damit sie hier mal bei mir spielen kann. Das spiel noch mal. Soll ich dir mal was sagen? Dass ich nochmal nochmal das Spiel kauft. Ach so, dieses dazwischengequatsche von dieser heutigen Jugend immer. Ich habe, glaube ich, einen zweiten Account. Wieso? Na, weil ich mehr als einen bekommen habe. Na ja, dann teste ich das mal. Und wenn nicht, dann kann es mir den ja geben. Ist ja nur für hier, wenn sie mal bei mir spielt. Dass wir mal zusammen, zusammen mal was machen können. Da kann nämlich einer am Labby, einer am Labby. Und dann. Ui. Hä? Ui. Ui, wieso Ui? Ui. Oh, einen Brand habe ich heute eh. Klingt was. Ja, habe ich gerade. Mag ich zwar nicht unbedingt immer hier, aber naja. Das sieht doch mal besser aus.